Ein junger, naturbegeisterter Fotograf beschloss, die Arktis mithilfe einer neuen Technologie zu erkunden, die außergewöhnliche Bilder versprach. Die Wirkung seiner Arbeit war sofort spürbar und überraschte Internetnutzer auf der ganzen Welt. Florian Leo, erfahren in extremen Abenteuern, bereitete sich darauf vor, seine hochmoderne Drohne über den eisigen Himmel Nordkanadas zu starten. Er war von einer Mischung aus Aufregung und Besorgnis erfüllt, da er wusste, dass diese Expedition entscheidend sein würde. Am Abend zuvor hatte Florian ein frisches Narvalskelett entdeckt, ein vielversprechender Hinweis auf die Nähe von Eisbären. Mit frischen Spuren vor Ort war klar, dass mindestens einer dieser prächtigen Raubtiere dort vorbeigekommen war. Die Herausforderung war jedoch die Zeit. Die Eisbedingungen in der Region des Lancaster Sound änderten sich schnell und gefährdeten die Position seines Schiffes, das als Basislager diente. Florian war schon immer von entlegenen, eisigen Orten fasziniert, ein Interesse, das er seit seiner Kindheit pflegte. Schon in jungen Jahren, während seiner Zeit bei der französischen Marine, zeigte er eine Begeisterung für diese unwirtlichen Regionen. Seine Geduld und Sensibilität ermöglichten es ihm, seltene Aufnahmen zu machen, die nicht nur die Schönheit der Arktis zeigen, sondern auch die Bedeutung ihrer Erhaltung für zukünftige Generationen betonen. Nach dieser lebensverändernden Erfahrung beschloss Florian, in die Arktis zurückzukehren und sein Leben komplett zu verändern. Er gab seinen alten Beruf auf, um seiner wahren Leidenschaft zu folgen. Die Landschaften und Gemeinschaften zu fotografieren, die in den extremen Bedingungen des hohen Nordens leben und überleben. Die eisige und dramatische Umgebung der Arktis wurde zu seiner größten Inspiration, und seine Drohne erwies sich als das ideale Werkzeug, um die Großartigkeit dieser unglaublichen Szenerie einzufangen. Florian wusste immer, dass der Schlüssel zum Erfolg in der Tierfotografie die sorgfältige Vorbereitung war. Monate verbrachte er damit, das Verhalten der Tiere zu beobachten und zu studieren. Bevor er begann, seine Drohne einzusetzen, jede Reaktion zu notieren und seine Ansätze anzupassen. Diese Geduld ermöglichte es den Tieren, sich an seine Anwesenheit zu gewöhnen, sodass er seine Arbeit ohne Störungen durchführen konnte. Ein Beweis dafür war eine einzigartige Szene, die Florian einfangen konnte. Für ihn war das Bild mehr als nur eine visuelle Aufnahme, es war ein Porträt des stillen Kampfes dieser Tiere ums Überleben in einer zunehmend herausfordernden Umgebung. Die meisten seiner Follower, die von seinen Fotos in den sozialen Medien begeistert sind, verstehen die Brutalität und die Gefahren des Schauplatzes, den er dokumentiert, nicht vollständig. Während er sich darauf konzentriert, einzigartige Momente festzuhalten, stellt er sich täglich Risiken wie Temperaturen von bis zu minus 40 Grad Celsius. Die extreme Kälte stellt nicht nur die menschlichen Grenzen auf die Probe, sondern auch die der von ihm eingesetzten Technologien. Zum Beispiel stehen Drohnen in der Arktis vor erheblichen Herausforderungen. Die intensive Kälte verringert die Effizienz der Batterien, während die Nähe zum magnetischen Nordpol die Navigation stört. Darüber hinaus können die Propeller unter bestimmten Wetterbedingungen einfrieren, was zu kritischen Ausfällen führt. Florian verlor in seinen ersten Jahren in der Region mehr als eine Drohne, ein Verlust, der nicht nur technisch, sondern auch finanziell war. Trotz all dieser Herausforderungen bleibt Florian seiner Arbeit treu und dokumentiert Bilder, die nicht nur faszinieren, sondern auch das Bewusstsein für die Zerbrechlichkeit und Schönheit der Arktis schärfen. Seine Fotos sind ein Zeugnis für die Entschlossenheit, Geduld und Leidenschaft, die erforderlich sind, um die Essenz einer der extremsten und faszinierendsten Umgebungen der Erde zu enthüllen. Mit dem Fortschritt der Technologie und der im Laufe der Jahre gesammelten Erfahrung hat Florian seine Fähigkeiten perfektioniert, doch trotz all seiner Erfahrung ist er immer noch begeistert, wenn er einzigartige Momente festhält. Genau das geschah, als seine Drohne einen Eisbären in einer Situation extremer Verwundbarkeit aufnahm und den Kampf um das Überleben in seiner gefrorenen und sich wandelnden Umgebung deutlich machte. Nur wenige Menschen haben die Gelegenheit, diese beeindruckenden Raubtiere an der Spitze der Nahrungskette aus nächster Nähe zu beobachten. Dank Florians Drohne war es möglich, das natürliche Verhalten der Eisbären einzufangen, ohne ihre Umgebung zu stören. Die Tiere jagten, spielten und interagierten frei, ohne zu merken, dass sie beobachtet wurden. Eines der eindrucksvollsten Bilder zeigte einen Eisbären, der zwischen zwei Eisschollen sprang eine Aufnahme, die schnell in den sozialen Medien viral ging und weltweite Bewunderung hervorrief. Die Haltung des in der Luft ausgestreckten Tieres schien den Kampf um den Erhalt seines Lebensraums angesichts des Klimawandels zu symbolisieren. Dieses Foto bewegte nicht nur die Herzen vieler Menschen, sondern brachte Florian auch renommierte Auszeichnungen und Kooperationen mit Organisationen wie National Geographic, Disney und der BBC ein. Zwei Jahre später produzierte er einen Kurzfilm, der die Herausforderungen der Bewohner des Polarkreises thematisierte. Für Florian war diese Erfahrung transformativ, da sie ihm ermöglichte, die eisige Welt, in der diese Kreaturen leben, aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Der Film vermittelte auf eindrucksvolle Weise die prekäre Lage dieses Lebensraums, der durch die raschen Klimaveränderungen bedroht ist. Mehr als Ruhm oder finanziellen Erfolg treibt Florian die Motivation an, einzigartige Momente im Leben dieser außergewöhnlichen Tiere einzufangen und zu teilen. Eines seiner bekanntesten Videos zeigt zwei Eisbären, die im Schnee spielen, eine Szene, die ihn tief berührt. Er fühlt eine emotionale Verbindung zu den Protagonisten seiner Fotografien und Videos und ist fasziniert von ihrer Widerstandskraft und Fähigkeit, in einer der herausforderndsten Umgebungen der Erde zu überleben. Doch Florians Arbeit trägt eine dringende Botschaft. Was er festhält, sind Szenen einer Welt, die in naher Zukunft verschwinden könnte. Seine Bilder faszinieren nicht nur, sondern stellen auch eine entscheidende Frage. Was sind wir bereit zu tun, um diese Lebensräume und ihre Bewohner zu schützen? Das ist das Vermächtnis, das Florian mit seiner Arbeit hinterlassen möchte. Welche Zukunft erwartet die Eisbären? Werden sie die ersten Klimaflüchtlinge sein oder finden wir Wege, ihr Überleben auf unserem Planeten zu sichern? Florian Leos Arbeit in den letzten Jahren offenbart deutlich die Brüche im Lebensraum der Eisbären. Er hat die schwindenden Eisschollen und den Kampf dieser Tiere dokumentiert, Nahrung und Schutz zu finden. Florians fotografische Beweise sind unbestreitbar und seine intimen Einblicke in das Leben in der Wildnis unterstreichen die Dringlichkeit, die arktischen Gebiete und die dort lebenden Kreaturen zu schützen. Durch seine Arbeit fordert uns Florian Leo auf, über die Zukunft von Tieren wie den Eisbären nachzudenken, deren Lebensräume durch die globale Erwärmung bedroht sind. Florian ist mehr als nur ein Fotograf, er ist ein leidenschaftlicher Naturschützer und ein Bote der Dringlichkeit, unseren Planeten für zukünftige Generationen zu bewahren. Wie findest du diese Geschichte? Gib einen Like und abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Video.